hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video dieses mal möchte ich euch zeigen wie ihr eine algebraische menge in ihre irreduziblen komplementen zerlegen könnt und das ganz anhand eines beispiels also wir haben jetzt die algebraische menge v die hat definiert ist als verschwindungs ideal über sonn ideal und i wird einmal von x quadrat minus y z und von xz minus x erzeugt diese menge v wollen wir nun in irreduzible komponenten aufteilen und da wissen wir so ein x aus dem affinen raum über einen algebraisch abgeschlossenen körper k in n dimensionen ist irreduzibel irreduzibel genau dann wenn wir eben diesen körper in n variablen betrachten modulo dem ideal von x wenn das ein integritäts bereich ist oder anders ausgedrückt integritäts bereich ist ja genau dann der fall wenn das hier ein prim ideal ist also wenn i von x prim ideal ist das heißt wir fangen erstmal an schauen uns das ideal hier drin an also sagen wir ist gleich ideal was von x quadrat minus y z und x z minus x erzeugt wird und jetzt suchen wir faktoren die irgendwo auftauchen innerhalb der einzelnen erzeuger das heißt wir schauen uns erst diesen erzeuger an und sehen hey das könnte ich doch einfach so schreiben dass ich das x ausklammere und dann z minus 1 dastehen habe und das könnte ich dann wiederum so aufsplitten dass ich halt einmal das ganze ideal nehme mit zweiter komponente x und das ideal mit zweiter komponente z minus 1 also ich kann das schreiben als ideal was von x quadrat minus y z comma x erzeugt wird und das ganze schneide ich nun mit x quadrat minus y z und z minus 1 so jetzt schaue ich wieder habe ich irgendwo faktoren die ich irgendwie aufsplitten kann oder habe ich irgendwas anderes was ein erzeuger irgendwie überflüssig machen oder bestandteile des erzeugers und das mache ich indem ich mir jedes vordere anschaue hier kommt ein x drin vor das heißt ich kann dieses ganze x quadrat aus dem anderen erzeuger rausnehmen weil ich ja schon weiß dass x bereits bestandteil des ideals ist außerdem kann ich jetzt sagen gut ich brauche dieses minus ich brauche dieses minus nicht weil ich ja auch einfach erzeuger mal minus 1 rechnen kann dementsprechend weiß ich auch dass dieses minus hier einfach rausfallen kann ich kann also diesen erzeuger kürzer schreiben in y z zweite komponente ist dann natürlich noch das x und das hintere übernehme ich erstmal einfach so weil ich da kein kein faktor sehe den ich irgendwie ausklammern kann oder hier vorne beispielsweise kein z minus 1 irgendwie ersetzen kann deshalb bleibt es einfach mit x quadrat minus y z comma z minus 1 jetzt schaue ich mir wieder den vorderen faktor voren bestandteil hier an und sehe dass ich hier wieder ein produkt habe das heißt kann das wieder aufsplitten in den schnitt von y x und zx das mache ich jetzt an dieser stelle ich habe also erst y,x geschnitten z,x und das ganze eben geschnitten wieder dem letzten ideal x quadrat minus y z z,z minus 1 und weiter vereinfacht kann ich das jetzt nicht das heißt ich möchte eigentlich die egebraische menge in irreduzible komponenten zerlegen und nicht das ideal irgendwie anders aufschreiben das heißt ich betrachte jetzt nun v von diesem ideal und das war ja so dass ich das einfach dann so schreibe dass ich die schnitte in die vereinigung überführen kann wenn ich die verschwindungsmenge darauf anwende ich habe also v von y,x vereinigt v von z,x vereinigt v von x quadrat minus y z,z minus 1 und jetzt behaupte ich dass das eben genau diese irreduziblen komponenten sind und das müsste ich jetzt halt noch zeigen das ganze sind eben irreduzible komponenten weil y,z z,x und x quadrat minus y z,z minus 1 eben primideale sind wie kann ich das erkennen indem ich einfach schaue ob das entsprechend integritätsringe oder integritätsbereiche werden ich nehme jetzt hier was ich vorher nicht gesagt hatte also an dass ich mich in z x,x,c,x,y,z befinde wenn ich das einmal durch y,x modulo rechne ist das ganze isomorph zu zz CZ, also dem Polynomring in einer Variable über den komplexen Zahlen, also insbesondere ein Integritätsbereich. Also ist das für diese Komponente schon mal gezeigt. Die zweite Komponente ist analog, C von x,y,z Modulo z,x, das ist Isomorph zu C adjungiert y, ist dann ein Integritätsbereich mit der analogen Argumentation wie oben und anschließend was ein bisschen schwieriger zu sehen ist, C, x,y,z Modulo x²-y und z-1, das ist ebenfalls Isomorph zu einem C adjungiert T. Wie bekommen wir das T? Indem wir sagen, wir bilden x auf t ab, y auf t², dann würde hier t²-t² stehen, also sowas wie 0 und dann müsste entsprechend hier noch z auf 1 gesetzt werden, damit das Ganze hier 0 wird. Und damit, mit dieser Abbildung sehen wir, dass das Ganze Isomorph zu C adjungiert T ist. Und dann haben wir wieder eben einen Polynomring in einer Variablen und damit einen Integritätsbereich. Also haben wir gezeigt, dass wirklich das hier unsere irreduzible Zerlegung der ursprünglichen Egebraschenmenge ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020